Herzlich willkommen mit einer neuen Folge und Astro und Sony haben den neuen Astro C40 TR präsentiert. Es handelt sich hierbei um den neuen Pro Gaming Controller, der offiziell von Sony lizenziert ist. Und wir klären die Frage, haut Astro da was richtig Geiles raus und lässt die Mitbewerber mal so richtig nass aussehen? Denn wir gucken uns den Trailer gemeinsam an, analysieren die ein oder anderen Funktionen und schauen mal, wann und wie er nach Deutschland kommt, ob er überhaupt kommt, klären wir die einzelnen Fragen. Ihr habt mich komplett zubombardiert. Auf YouTube, per Mail, auf Instagram und so weiter. Vielen Dank auf jeden Fall dafür, für euer Interesse. Wir gucken uns den jetzt an und ich bin mega gespannt. Was ich mitbekommen habe, Astro hat über zwei Jahre an diesem gewerkelt mit Pro Gamern. Der Controller ist für das E-Sport und Pro Gaming geschaffen. Und Astro hat in der Vergangenheit sehr gute Arbeit letztendlich geleistet. Viele sind mit den Astro Produkten zufrieden und ich persönlich finde diese auch auf jeden Fall in Ordnung und richtig cool. Und es macht mir immer wieder Spaß, diese euch sowohl vorzustellen als auch selbst zu benutzen. Also wie es einfach bei jedem Produkt ist, gibt es die einen, die die Marke lieben und andere halt andere Marken lieben. So wird es immer sein. Wir schauen uns jetzt den Trailer mal an. Okay, wir haben Thumbsticks. Zwei Stück. Steuerkreuz. Okay, machen wir kurz hier Pause. Was sehen wir? Ein Astro-Design. Sehr futuristisches Design. Im oberen Bereich haben wir hier das Touchpad. Links die Option und natürlich die Share-Taste. Links das Steuerkreuz oben. In der Mitte die Trigger. Rechts dann ganz normal 4-Eck-Dreieck-Kreis und X. In der Mitte die Playstation-Taste. Die Form des Controllers erinnert mich sehr, sehr stark an den Nintendo Switch Pro Controller. Also so erinnert mich wirklich komplett die Form. Hm. Was sagt ihr? Schaut es ähnlich aus? Oder nicht? Hm. Interessant. Grundsätzlich liegt er sehr, sehr gut in der Hand. Also wenn er die Form wirklich so erhält. Respekt. Würde ich feiern. Ist nicht schlecht. Offiziell zensiertes Playstation-Produkt. So, Rear-Buttons. Trigger-Stops. Genau, die Tasten hier. C40 Tournament. Ready. Oh ja. Okay. Die Thumbsticks lassen sich komplett austauschen. Wahrscheinlich wieder so ein magnetischer Bereich, wo man das einfach hochzieht. und einen anderen reinzieht. So wie wir es halt einfach aus der Razer-Welt und aus der Xbox-Welt kennen. Ausziehen, austauschen. War bis jetzt die am allerbesten umgesetzte Möglichkeit. Aha. Das Case lässt sich... Austauschbare Module. Wir können mit ein paar Schrauben den Kernbereich des Controllers einfach abziehen und Thumbstick einfach verschieben. Und dann haben wir das Layout. Entweder wie bei der Xbox. Hier halt, ne? Oder halt wie bei der Playstation. Ganz normal. Richtig cool. Gab es so bis zu diesem Zeitpunkt noch nie. Richtig geil. Richtig nice. Oh ja. Habt ihr es gesehen? Steuerkreis ausgetauscht. Die Pad hinzugefügt. Geil. So. Ganz wichtig. Das kommt jetzt in den Trend auf jeden Fall, dass wir den Controller sagen können, wie es halt schon beim Xbox-EV-Controller der Fall war. Ich möchte diesen über Kabel nutzen. Oder halt natürlich kabellos. Natürlich ist es hier, ich stecke ihn rein und kann ihn halt benutzen. Aber das ist halt eine Möglichkeit, die jetzt so lange sind, die ganzen Razer-Controller und SCAF und so weiter nach und nach auf den Markt bringen, wird hier auf jeden Fall auch möglich sein. Wenn wir hier schon sind, haben wir hier einen ganz normalen Micro-USB-Anschluss. Okay, hoffentlich ist es nicht ein Kabel, was nur da reinpasst, sondern dass wir da jedes Kabel irgendwie reinstecken können. Wir haben eine Software, die wird mitgeliefert. Dann können wir den Controller komplett individualisieren. Die Sticks, wahrscheinlich wieder die Death Zone und natürlich hier auch die Präzision, die Empfindlichkeit und so weiter. Sehr schönes Ding. Schaut richtig gut aus. Sehr geil. Schauen wir mal gemeinsam die Rückseite des Controllers an. Und wir sehen hier auf der Rückseite den UR und den UL-Button. Was mich so ein bisschen stutzig macht und ich hoffe, es wird eine mechanische Umsetzung. Es wird eine andere Umsetzung, weil diese erinnert mich sehr, 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 sehr stark an die typische Razer Ultimate Edition, wo man hinten hier in diesem Bereich die Tasten hat. Grundsätzlich sowas wie Fingerpoints ist nicht schlecht. Es muss halt einfach von der Form her perfekt sein und darf nicht schwergängig funktionieren, sondern es muss einfach richtig leicht vonstatten gehen. Deswegen, ich bin gespannt. Ich kann das noch nicht urteilen. Ich hoffe, die machen nicht denselben Fehler wie meiner Meinung nach. Welchen Weg Razer gegangen ist, war meiner Meinung nach nicht das Sinnvollste. Aber muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt welche, die lieben diese Umsetzung. Dann haben wir oben rote Knöpfe. Das sind die Triggerstops. Ihr wisst Bescheid. Ihr könnt hier ähnlich wie es beim Xbox Controller ist, das Ganze einstellen. Und dann habt ihr die Triggerstops-Funktion. Schnellere Umsetzung der R2-Taste. Also wir haben hier auch Trigger, zwei Paddles, keine zusätzliche Tasten. Also nicht wie es jetzt zum Beispiel beim Vintage war oder beim Razer, wo sonst noch zusätzliche zwei Tasten zur Verfügung standen. Nein, wir haben hier wirklich rein nur die Paddles und ganz normale Ausstattung. Im Lieferumfang wird eine Transporttasche mit beiliegen. Der Dangle für die Wireless-Verbindung. Ich hoffe, dass mit dieser eine bessere Umsetzung ist, als mit der integrierten Playstation-Direktverbindung. Hoffe ich zumindest. Dann noch ein Kabel und vier Thumbsticks zum Wechseln. Zusätzlich können wir in der Software die Trigger-Settings einstellen. Also zu der mechanischen Lösung ist auch nochmal softwaretechnisch uns was gegeben, dass wir das anpassen können. Dann haben wir auch hier einen Klinkenanschluss für das Headset. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Der Controller soll Anfang 2019 auf den Markt kommen. Problem für uns hier in Europa. Erstmal für Kanada und USA und soll um die 199 Dollar kosten. Das ist so die Frage. Eventuell soll dieser dann weiter auf den Markt gebracht werden. Also soll auch früher oder später zu uns kommen. Vielleicht im Sommer. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Wie ist eure Meinung dazu? Findet ihr den Preis? 199 Dollar, Euro, ein bisschen mehr durch Steuern und so weiter. Vermute ich fast. Könnte aber auch 199 Euro sein. Das erfahren wir dann noch früh genug. Aber ist eurer Meinung nach das Gear rechtfertigt für diesen Controller? Wie findet ihr die Funktionen von dem Controller? Was findet ihr besonders? Findet ihr, das kann wirklich der beste Controller sein, der es jetzt so auf dem Markt dann geben wird? Denkt ihr, der wird wirklich jeden in den Schatten stellen? Ich bin mega gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir in die Kommentare für weitere Folgen. Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Doc. Wir sehen uns in der nächsten Folge.